Herzlich Willkommen bei Noob Tech zu einem weiteren kleinen Unboxing-Video oder vielmehr einer Kaufempfehlung für DDR2-Speicher. Es gibt ja immer noch Menschen oder sehr viele Menschen, die solchen Speicher in ihren Systemen verbauen müssen, da sie noch keine Möglichkeit haben, DDR3-Speicher zu verwenden. Meine Empfehlung heute ist ein RAM von der Firma Geil, der Name sagt schon alles, er kommt aus der Reihe Black Dragon und wie ihr hier schon seht, werben sie mit The Ultimate Gaming Experience. Ihr werdet gleich sehen, dass der RAM ziemlich stylisch aufgebaut ist. Wir sehen hier, wir haben hier ein Kit mit 2x1 GB, die Latenzen sind mit 555.15 für Intel-Systeme absolut in Ordnung und der FSB beträgt 800 MHz. Auch das ist im Normalfall für jeden Intel-PC der alten Generation vollkommen ausreichend. Ich möchte den RAM nun aus der Verpackung nehmen und euch noch kurz zeigen, wie das Ganze dann noch aussieht. Ihr seht also hier schon, die PCB ist hier in Schwarz gehalten mit Gold-Absetzungen, sieht sehr stylisch aus und diese Drachenköpfe, die hier aufgemalt sind, sag ich mal, haben eine Besonderheit und zwar, wenn ich sie dann rausbekomme aus der Verpackung, diese haben hier kleine LED-Lampen verbaut, die rot leuchten und somit dem Drachen ein sehr böses Aussehen geben. Speziell bei Gehäusen mit Fenstern ist so ein RAM natürlich sofort ein Blickfang. Wir schauen uns dann noch die Rückseite an. Hier sehen wir dann nochmal die Firma, die genaue Bezeichnung etc. Tja, das soll es dann in die Kurze gewesen sein. Mehr gibt es eigentlich über RAM nicht zu sagen, außer dass ich, wie gesagt, diesen RAM speziell empfehlen kann, da ich ihn sehr oft verbaut habe oder auch in meinem anderen PC verwendet hatte. Hier dann natürlich 4 GB Kits. Das hier ist ein 2 GB Kit und somit zum Aufrüsten gut geeignet. Der Preis, noch anzumerken, sind in diesem Fall 35 Euro und hier bekommt ihr damit verlässlichen RAM. Ich hoffe, ich konnte so manchen nun die Frage bezüglich DDR2-Speicher beantworten. Wenn ja, erzählt es bitte weiter. Macht ein Abo, sofern ihr noch keines hat. Und die anderen, tja, schreiben ihre Dateien auf Zetteln. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.